So, ihr Lieben, ich habe zwei gute Nachrichten. Die Nachricht 1 ist, ich war immer Pirat und ich bin Pirat und ich bin wieder Pirat. Aber die wirklich coolere Nachricht ist, wir haben heute gewonnen. Ihr wisst ja alle, wir hatten diesen langen Prozess am Laufen, wo wir gegen die GEMA geklagt hatten, um die Beteiligung von Verlegern eben endlich auszuschließen. Es hat sich furchtbar lang gezogen. Dazwischen gab es das Urteil im Prozess Vogel gegen VG Wort. Das ist auch eine Verwertungsgesellschaft für Autoren. Da wurde den Autoren recht gegeben, eben dass die Verwertungsgesellschaften kein Geld ausschütten dürfen an Verleger. Wie ihr wisst, ein Buchverleger macht noch ein bisschen mehr als ein Musikverleger, nämlich er macht Lektorat. Musiknoten werden heute nicht mehr gedruckt. Früher waren Musikverleger mal sehr, sehr wichtig. Sie beteiligen sich aber auch heute noch so wie früher mit 40 Prozent. Ein Komponist kriegt 30 Prozent, ein Textdichter kriegt 30 Prozent und der Verleger kassiert 40. Und genau dagegen waren wir und haben wir geklagt durch alle möglichen Instanzen, waren heute hier vom Kammergericht letztinstanzlich. Und der Richter hat festgestellt, wir haben Recht. Das heißt, diese Verteilung wird in Zukunft nicht passieren. Und auch rückwirkend können Urheber Geld, was ein Verleger ausgezahlt wurde, zurückfordern. Dass es hier um Milliardenbeträge geht, wie hoch der genau ist, muss man noch genau beziffern. Aber es ist ein großer Tag für alle Urheber, auch hinsichtlich einem Punkt, endlich diese GEMA-Verwertungsgesellschaft so zu reformieren, dass sie wieder die Verwertungsgesellschaft der Urheber ist und nicht der Verleger. So wie die GEMA irgendwann mal von Komponisten gegründet wurde, muss diese GEMA irgendwann auch wieder die Verwertungsgesellschaft sein, für die kleinen wie für die großen Urheber. Und dafür haben wir als Piraten heute endlich den Grundstein gelegt. Geiler Tag, alle mal eine Flasche aufmachen und bis bald.